Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus dem Haus-Sicherheit-Technik-Hortus. Heute haben wir uns mal ein Produkt bestellt, das sogenannte Entre von Yale. Ja, das soll ein Motorschloss sein, welches man an die Tür anbringt, von außen mit PIN-Feld- und Fingerscan-Tastatur bedienen kann und sozusagen das Aufsperren der Tür übernimmt. Haben wir gesehen, haben wir gedacht, Mensch, mal sehen, ob das endlich mal eine Lösung ist für ein Motorschloss. Es gibt schon einige Motorschlosser auf dem Markt, aber mit denen waren wir jetzt bis jetzt noch nicht so zufrieden, dass man sagt, das ist alles dabei, was uns da gefällt. Daher heute probieren wir mal das Produkt aus. Was haben wir gekauft? Einmal das Set und zwar in der Variante Fingerscan. Wir haben das mal aufgemacht, schon mal grob, ist erstmal die Bedingungsanleitung in Deutsch und wir haben einen dazugehörigen Zylinder bestellt. Ohne den Zylinder läuft das Ganze nicht, weil es muss ein Spezialzünder sein, inne mit einem Zahnrad. Zu diesem Spezialzünder bekommt man zwei Schlüssel und eine Ätche-Bätsche-Sicherungskarte. Dieser Zylinder fungiert erstmal nur als Nutschloss. Das heißt, wenn das Ganze nicht mehr geht, können Sie normal mit einem Schlüssel, den Sie sich irgendwo deponieren, das Ganze aufschließen für Häuser, die nur eine Eingangstür haben. Jetzt gucken wir in das ganze Set mal rein und dann verbauen wir das diesmal auch an der Tür, weil in der Bedingungsanleitung zum Beispiel drinsteht, es soll nicht in Betrieb genommen werden, bevor es nicht verbaut wird. Und wir wollen ja nichts kaputt machen, wir wollen es ja so machen, wie es in der Bedingungsanleitung steht. Hier steht auf alle Fälle schon mal drauf, ohne Schlüssel, öffne mit dem Smartphone automatische Verriegelung und einfache Montage. Einfache Montage, wir werden mal die Zeit stoppen, mal sehen, wie lange wir brauchen für das ganze Ding. Ich lasse mich überraschen, wir gucken mal in den Karton rein. So, jetzt habe ich mal alles, was in dem Karton war, rausgenommen. Den Rest haben wir mal zur Seite. Da haben wir einmal das Innenteil. Ja, das ist also, sprich, diese Einheit mit Motor. Wir haben die Außeneinheit. Fingerprint und Tastatur. Wir haben ein Kabel, wir haben ein Magneten, wir haben Kleinteile und eine Batterie. Die Batterien kommen hier rein, das ist sehr einfach. Der Magnet ist für den Türrahmen, damit das Schloss erkennt, wann es zuschließen kann. Und wir haben ein Kabel. Jetzt werden die sagen, was denn, jetzt soll ich das Ding wohl noch verkabeln. Nein, man kann das Ganze wieder aufladen. Heißt, Batteriewechsel bei dieser Einheit ist erstmal einfällig. Sobald Sie also merken, die Batterien wird leer, das wird sicherlich angezeigt werden, kann man das Ganze laden. Das ist nicht ganz schlecht, das erspart den Batteriewechsel. Ja, Praxis wird zeigen, ob das was bringt. Wir werden jetzt erstmal das Ganze laden. Und wenn wir das geladet haben, werden wir es mal versuchen an der Tür zu verbauen. Mal sehen, wie lange wir brauchen. Also, was ich noch sagen wollte ist, zwischen Tastatur und Motorschloss gibt es natürlich kein Kabel. Das Ganze ist kabellos. Wir verbauen uns mal nach Bedienungsanleitung. Zeit läuft. Wir melden uns mit der verbauten Variante. So, noch ein kleiner Zwischenstand vorm Einbau. Wir haben jetzt also das Motorteil auf den Zylinder angeflanscht, mit einer Schraube fixiert. Die ist dabei, sodass wir nachher das Ganze von innen durch die Tür durchschieben können. Dabei muss man sagen, muss man das Ausmessen des Zylinders relativ genau machen. Sprich, die Innenseite darf dann nicht zu kurz sein. Wunderbar eignet sich dann diese Einbaumethode für alle, die die zum Beispiel auch einen Ziehschutz haben. Egal welcher Art, da geht das wunderbar. So, jetzt beschäftigen wir uns mal mit dem Türteil und dem Schloss im Anlernmodus. Gucken wir uns das mal an, bevor wir es einbauen. Und dann verbauen wir es mal. Und dann schauen wir einfach mal, was wir dann noch berichten können. Wir haben außen gefilmt. Hier ist meine Tastatureinheit, meine Fingerscan-Einheit. Ich habe den Fingerscan genommen und hier haben wir den Zylinder verbaut. Und hier, wo ist der Finger da, in der Tür. So, Tür zu. Und wenn ich jetzt rein möchte, mache ich einfach folgendes. Ich lege meinen Finger drauf, warte bis zum Piepsen, ziehe den drüber. Und zack, Sie haben es gehört, klack. Die Tür kann ich einfach aufschuppen. Das war bis dorthin nicht schwierig. Kleiner Wermutstropfen. Ich habe das Ganze hier geklebt, weil ich eine Glasscheibe habe. Da habe ich leider die Klebepad zwar nicht im Lieferumfang mit dabei. Ansonsten, Sie sehen es, von außen ist es wie ein ganz normaler mechanischer Zylinder. Ich tue mal hier fokussieren neu. Genau, ganz normaler mechanischer Zylinder. Da ist kein großer Unterschied. Einbauzeit bis hierher waren circa 10 Minuten. So, das Ganze war ja zum Öffnen eben, was ich mal gezeigt habe. Zumachen geht ganz simpel. Ich berühre die Tastatur. Nicht wundern, Sie sehen jetzt ein Flackern in der Tastatur. Das hat was mit der Frequenz von dem Film zu tun. Ich drücke die 1, ich drücke Raute und das Ganze wird verschlossen. Und das war es schon. Die Tür ist zu. Super Sache. So, super Sache. Wie gesagt, von allen Dingen, weil es von außen ein ganz normaler Zylinder ist, der so weit nicht zu erkennen ist. Ich finde es eine bequeme Geschichte. Aber man muss jetzt mal schauen, wie sich das bewährt. Es gibt ja hier keinen Batteriebetrieb mehr von dem Schloss, sondern es wird ja mit Akku gespeist. Und da werden wir mal schauen, wie lang die Akkuleistung ist. Denn das Ganze ist ja auch wieder aufladbar. So, und jetzt gucken wir uns mal noch die Sache von innen an. Innen sieht das Ganze so aus. Hier ganz vorschön dran gebaut. Ich habe also die Möglichkeit, nach wie vor noch ganz normal zu schließen. Ich kann also hier schließen. Kann ich ganz normal machen. Aber ich kann auch hier an dem ziehen. Dann geht die Tür auf. Oder ich mache von unten nach oben. Und die Tür ist wieder verschlossen. Soweit bis dahin gut. Jetzt schauen wir uns mal die App an. Ja, wir wollen jetzt hier mal die App vorstellen. Die App hat bei uns leider null Punkte gekriegt. Denn bei uns hat das erste Mal das Verbinden von der App bis an das Schloss war eine Katastrophe. Es ist leider in der Bedienungsanleitung völlig falsch beschrieben. Es fehlen ein paar Punkte. Und das hat am Ende zwei minütigen Aktionen locker eine zwei Stunden Aktion gemacht. Weil wir erst im Internet mal lesen mussten. Es gibt eine sehr gute Bedienungsanleitung. Da sind mehr Punkte drin, als wie der, die beim Produkt dabei sind. Ja, das hat uns Haufen Zeit gekostet. Jetzt ist es so, ich lege nicht besonderen Wert auf die App. Da wir letztendlich hier in dem Beispiel mit Fingerscanner arbeiten. Den Fingerscanner auch beibehalten wollen. Und da wäre ich wohl kaum vor der Tür stehen. Und in die Notwendigkeit kommen, das Handy zu verwenden. Im Großen und Ganzen hat die App bei mir am Ende nicht wirklich funktioniert. Ich kann zwar hier langwischen, machen und mehren. Aber das Schloss reagiert nicht. Und wenn Sie mal sehen, wie lange ich hier schon erzähle. Jetzt zappelt die App zwar. Geht wieder in den Ursprungszustand. Aber passieren tut leider nichts. Der Batteriestatus sehe ich hier oben, ob der stimmt. Da wollen wir mal schauen. Sie sehen, da leider kein Erfolg mit der App. Wer nur die App zum Öffnen hat, den wünsche ich mal viel Glück. Ich würde das nicht empfehlen. Ich würde eine Fernbedienung bzw. eine Tastatur immer empfehlen. Und wenn es zumindest die PIN-Tastatur ist. Weil die PIN-Tastatur immer noch dafür Sorge trägt, dass man reinkommt, wenn man sich ausgesperrt hat. Das soll es an dem Punkt hier gewesen sein. Wie gesagt, die App ist bei uns leider durchgefallen. Die können wir so nicht empfehlen, obwohl sie kostenlos ist. Vielleicht lösen wir das Rätsel eines Tages mal auf, woran es lag. Momentan ist es so, dass wir das Produkt mal verbaut lassen. Denn dieses Auf- und Zuschließen ist schon ein Mehrgewinn. Das muss man schon sagen. Im Großen und Ganzen 3,5 von 5 Sternen wird man hier auf alle Fälle geben für das Produkt. Auch weil es wieder aufladbar ist, weil die Montage so einfach war, werden wir das mal als durchaus gelungene Sache bezeichnen. Ich darf euch an dem Punkt verabschieden und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.